Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Super Mario Maker Hover und wir fangen gleich an. SMB3 Sky World 3 Return of Mario von PKI-Door oder sowas. Ich kann es nicht aussprechen. Oh ne Fehler, das ist sehr gut. Und wir müssen hier auch noch rote Münzen sammeln irgendwie. Die Frage ist bloß, wo sind die? Bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Okay. Ersten Teil haben wir wohl geschafft. Ah, guck mal, so langsam kommen auch die Münzen. Oh, da haben wir einen Absturz gehabt. Kommt mal vor. Das kommt natürlich mal vor. Wir hatten ja einen Checkpoint. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Der Stachel war im Weg. Hier rein. Sternchen sammeln. Dann müssen wir hier rein. Und da ist das Ziel. Easygoing. Kann man mal machen. So, Level beendet. Sehr schön. Okay. Hello Kitten oder Kit-Venture von Hannah. Gucken wir doch mal rein, was Hannah da gebaut hat. Irgendwas mit einer Katze wahrscheinlich. Oh Gott. Natürlich. Hello Kitty. Wieso auch noch was anderes? Okay kann man bestimmt auch anders lang so kommt die kugel noch oder die kommt noch die kugel verfehlt probieren wir es mal ohne die zweite kugel sehr schön okay ohne die zweite kugel funktioniert es nicht oder die kanonen schießen natürlich wenn man sich beeilt dann passiert sowas so viel zeit muss sein oder man macht es einfach so das geht natürlich auch ach ich muss da oben was mitnehmen ne muss ich gar nicht okay verstehe ich nicht ja das war professionell doch muss ich zugeben ach und wir fangen wieder hier an na gut das war ja nicht so schwer so hallo nur nicht stressen lassen ist ja alles easy hier okay 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 das habe ich nicht verstanden okay jetzt ja da müssen wir schnell durch aber als großer mario stehst du erst mal auf dem schlauch nö das mache ich in aller ruhe so viel zeit muss sein okay ich habe es verstanden ich weiß bloß nicht ob ich das jetzt noch schaffen kann ja da wollte ich wieder zu viel so nochmal das ganze bin ich dumm bin ich dumm was mache ich denn da so erstmal sehen so erstmal sehen okay ich wollte schon sagen nicht dass ich hier jetzt festhänge was geht denn hier ab so hannah du kleine trollerin da sind rolltreppen drin so was ist denn der plan ach jetzt ist frei na dann auf auf durch nur noch ins ziel dass wir das endlich hinter uns bringen level beendet tja hannah geschafft peachy keys von little mao schau mal jetzt haben wir irgendwie viel mit prinzessin und so zu tun i don't care ja hätten wir nicht einfach auf die leichte schulter nehmen sollen vielleicht so wir fahren jetzt einmal die komplette strecke ab und nehmen alle minzen mit oder was vermutlich schon die frage ist danke wirklich danke die frage war wo sind die letzten zwei eine ist hier lass mich doch raus das ist aber auch bloß eine du mieser Wichser ganz ehrlich lecker ich doch alle gerade mal das ist jetzt eine aber der rest muss ja auch noch irgendwo sein das ist jetzt eine oder haben wir bloß die eine vergessen aber ich glaube nicht oder es fehlten zwei ja die kann ich lange suchen und zwar richtig lange weil die wird wahrscheinlich gar nicht existieren so easy gewusst wie da könnt ihr euch zu tode suchen wenn ich sowas sehe dann kürze ich natürlich ab rekordzeit der rest sucht nämlich noch die münzen poltergeist von mr mussels poltergeist von mr mussels gucken wir rein sieht ja erstmal naja aus naja aus müssen wir hier rein da kommen das war anscheinend falsch das war anscheinend falsch ich komme da ich komme da nicht raus oder ne ah warte mal und wie ich da rauskomme ich dachte das funktioniert irgendwas habe ich übersehen glaube ich ich bin mir bloß noch nicht sicher was in der mitte da hoch aber ich wüsste nicht was das bringt geht auch gar nicht hier noch was auch eher nicht ja das könnte klappen mit ihm hier fuck ich bin gerade so schlecht im timen jetzt wieder hier rein so habe ich jetzt was verpasst okay schon wieder ins gleiche rohr da oben kriegen wir wenigstens ein checkpoint okay da nicht rein nein das war dumm okay aber wir wissen ja was wir zu tun haben ins gleiche loch so kommen hier nicht in pau zack hier rein ich weiß es nicht ich gehe einfach mal irgendwo rein dann wird es wohl diese tür sein ganz locker machen wir das so easy und wieder haben wir das level gemeistert aber leider war das das letzte für die heutige folge ich hoffe ihr hattet spaß und schaltet morgen wieder ein bis dahin haut rein dann 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 dann